Das Depot wächst im November auf einen neuen Rekordwert und wir gehen mit strammen Schritten auf das Ende des Jahres zu. Damit herzlich willkommen zu meinem Live-Investment-Projekt, das Millionendepot, wo es um das langfristige Investieren in Dividendenaktien und ETFs geht und ich euch meine Anlagestrategie vorstelle. Fast jeden Montag gibt es hier ein neues Video, also abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Damit starten wir dann auch mit dem Blick auf das Depot. Es gibt leichte Veränderungen, dazu schaut bitte die letzten Kaufvideos an und ich habe mein Depot mal wieder sortiert und zwar nach dem absoluten Wert, damit wir die Gewichtung auch drin haben. Wenn ich nach prozentualen Wert gehe, dann haben wir die Gewichtung der einzelnen Aktien bzw. ETFs nicht korrekt drin, aber egal wie wir es darstellen, es spielt am Ende auch keine Rolle. Realty Income ist der schlechteste Wert nach wie vor. Realty Income habe ich ja in der Nachbetrachtung jetzt viel zu teuer gekauft und verzichte jetzt auch erst einmal auf einen Nachkauf und somit bleibt Realty Income auch später sehr wahrscheinlich mit einem sehr kleinen Anteil im Depot drin. Aber noch ist die Aktie es wert, in meinem Depot drin zu bleiben, von daher bleibt sie auch noch in meinem Depot drin. Die Solventum Aktie habe ich nach wie vor noch keine Ahnung, was ich damit mache. Da warte ich auf das nächste Jahr. Der Emerging Market Bond ETF, der ist leicht im Plus und hält sich damit bereits seit vielen Monaten ungefähr im Bereich meines Kaufniveaus. Ask Capital ist hingegen sehr gut gelaufen. Ask Capital hatte ich ja jüngst erst gekauft und ist jetzt bereits 5% im Plus. Damit ist jetzt das kurzfristige Kaufsignal wunderbar aufgegangen. Jetzt muss ich natürlich zeigen, ob Ask Capital das Potenzial hat, auch obere Widerstände rauszunehmen. Wenn du wissen möchtest, warum ich Ask Capital gekauft habe, das Video befindet sich oben auf dem i. Ansonsten Procter & Gamble habe ich auch jüngst reingekauft. Auch da ist das Kaufsignal wunderbar aufgegangen. Procter & Gamble jetzt 7% im Plus bzw. absolut mit 67 Euro. AppV kam jetzt jüngst ein bisschen zurück und hat sogar ein Kaufsignal generiert. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich die AppV Aktie jetzt nochmal ins Depot hole. Dazu muss ich mir die Aktie auch fundamental nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und eventuell gibt es sogar einen Nachkauf in der AppV Aktie. Aber wenn es der Fall ist, dann werde ich so oder so ein Video dazu machen. Ansonsten kommen wir dann zu den ETFs und zwar der MRCI World ETF und der Nasdaq ETF. Diese beiden bespare ich ja in meinem 50-Euro-Sparplan, also jeweils zu 50 Euro. Und der MRCI World ein wenig schlechter unterwegs mit 174 Euro im Plus, also rund 19%. Und der Nasdaq ETF mit 212 Euro im Plus, mit rund 23%. Dann geht es weiter mit den neuen Werten und JP Morgan habe ich ja auch erst jüngst gekauft. Und die JP Morgan Aktie, auch da ist das Longsignal, was ich in dem entsprechenden Video besprochen habe. Da vielleicht auch sehr gerne nochmal reinschauen, oben auf dem i verlinkt. Und JP Morgan ist schon 232 Euro im Plus, beziehungsweise 24%. Paychecks ist auch sehr gut gelaufen, auch voll in der Aufwärtsbewegung mit 236 Euro im Plus, beziehungsweise 23%. Dann kommen wir weiter zu dem nächsten Dividenden ETF und zwar der Selected Dividend 100 ETF, auch wunderbar im Plus mit 247 Euro. Dann die 3M Aktie, war ja damals ein antizyklischer Kauf und auch sehr gut gelaufen und kam im November, glaube ich, ein kleines Stückchen zurück. Ist aber auch in diesem Jahr sehr gut gelaufen. Dann der Global Dividend Aristocrats ETF, sehr, sehr schön gelaufen, 334 Euro im Plus. Übrigens die Dividenden ETFs sind dann auch die ersten ETFs, die ich dann im kommenden Jahr kaufen werde. Gemäß meines regelmäßigen Sparplans in diese ETFs, die ich dann aber händisch tätige und da keinen Sparplan eingerichtet habe. Und dieser Wert hier 16,58% im Plus. Dann der High Yield Dividend ETF, 346 Euro im Plus, beziehungsweise 16% ebenfalls. Und der S&P 500 ETF auch deutlich im Plus, jetzt mit 347 Euro. Und Main Street Capital ist absoluter Renditebringer. Hier jetzt schon fast 40% auf der Uhr und Main Street Capital ein sehr starker Wert. Kam jetzt auch in der letzten Novemberwoche nochmal richtig schön nach vorne und hier sind schon fast 400 Euro Gewinne aufgelaufen. Und ich habe diese Aktie ja leider verpasst, danach zu kaufen, als die Gelegenheit günstig war. Und somit muss ich jetzt für die Main Street Capital Aktie weiterhin auf ein neues Kaufsignal warten. Also auf ein Signal für mich, um da die nächste Tranche nachzukaufen. Main Street Capital ist ein ganz heißer Kandidat für mich, da die nächste Tranche rein zu investieren. Das soviel zur Depotübersicht und dann gehen wir auch direkt weiter in die Auswertung. Wir starten erst einmal mit dem 12-Monats-Zeitraum. Hier muss ich sagen, hier fehlen noch zwei Tage gerade, der Freitag fehlt noch. Am Freitag erfolgte noch eine Dividendenausschüttung, aber das spielt jetzt insgesamt auch keine allzu große Rolle. Und ihr seht jetzt hier, dass das Depot mega stark am Wachsen ist und über die letzten 12 Monate richtig kräftig zulegen konnte. Und jetzt inklusive Dividende 4.300 Euro plus auf der Uhr steht. Und das ist ein absoluter Rekord. Und ihr seht auch nochmal, im November ist ein ordentlicher Anstieg zu verzeichnen. Und das bringt das Depot dann entsprechend kräftig nach vorne. Ja, ansonsten gibt es ja auch keine großen Veränderungen. Ich habe nach wie vor noch keine Aktie oder keinen ETF verkauft. Das wird sehr wahrscheinlich auch erst einmal noch nicht passieren. Und wenn es passiert, dann auch wirklich nur, wenn ein Wert rausfliegt. Also wenn jetzt die Parameter nicht mehr gültig sind, dass ich den Wert im Depot halte. Ansonsten halte ich die Werte natürlich in meinem Depot drin. Ansonsten der schwächste Wert über die letzten 12 Monate tatsächlich Ask Capital mit nur einem Gewinn von 44 Euro. Und Mainstreet Capital absoluter Spitzenreiter. Aber Mainstreet Capital erwähne ich ja in fast jedem Depot-Update als absoluten Spitzenwert momentan bei mir im Depot. Dann gehen wir weiter und zwar auf dieses Jahr. Da ist allerdings keine so große Veränderung mehr zu sehen, weil wir ja jetzt schon den November abgeschlossen haben. Und von daher da logischerweise auch nicht so viele große Veränderungen drin sind. Aber wir gehen jetzt stramm auf die 25.000 Euro zu und haben damit dann schon fast ein Viertel des ersten Ziels in diesem Depot erreicht. Und zwar einen Gesamtdepotwert von 100.000 Euro zu erreichen. Ansonsten Tops und Flop-Werte haben sich jetzt hier logischerweise nicht großartig verändert. Außer hier irgendwo in der Mitte dürfte da so die eine oder andere kleinere Änderung drin sein. Damit gehen wir auch direkt auf den Monat November, wie da die Entwicklung ist. Und da erst einmal der Nachkauf da drin steckt. Und hier seht ihr es hier fehlt eine Dividende. Aber schauen wir uns dann auch gleich in der Dividendenübersicht an. Und somit dann in diesem Monat eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wo dann gerade auch die ETFs und die Einzelaktien einen sehr, sehr großen Anteil haben. Und in diesem Monat AppV deutlich schwächer gewesen. AppV ist eingebrochen, deutlich eingebrochen sogar. Und hat jetzt wie gesagt ein Kaufsignal generiert. Jetzt muss ich allerdings schauen, ob ich die Aktien nachkaufe. Ansonsten Reality Income leicht zurückgekommen. Und JP Morgan im Monat November der mit Abstand stärkste Wert. Damit gehen wir dann auch direkt auf die Dividendenübersicht. Und wir starten dann erst einmal mit der Gesamtübersicht rein. Ich muss jetzt bloß mal gucken, dass ihr das auch seht. Ich habe das hier ein bisschen vergrößert, weil ein Kommentar war, dass die Schrift zu klein war. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt insgesamt passend ist. Ja, also wir schauen da mal rein, was so an Dividenden aufgelaufen ist. Meine Monatszahler, die haben beständig ausgeschüttet. Auch der iShares Emerging Market Bond ETF hat jetzt ein bisschen mehr ausgeschüttet. Da gab es im Oktober einen kleinen Dividendeneinbruch. Aber jetzt ist die Dividende wieder im Durchschnittswert. Dann ansonsten hat der Dividend Aristocrats ETF ausgeschüttet. Eine sehr schöne Dividende, die ungefähr dem Durchschnitt entspricht. Und dann habe ich hier einige Ausschüttungen von meinen Dividendenaktien bekommen. Wir haben hier einmal Paychecks. Hat ausgeschüttet durch den schwächeren Euro. Sind hier auch höhere Dividenden aufgelaufen, weil das ja alles US-Werte sind, in die ich investiert habe. Bei einem schwachen Euro habe ich da den Währungsvorteil. Bei einem starken Euro gegenüber den US-Dollar habe ich dann einen Währungsnachteil. FV hat ausgeschüttet und dann auch JP Morgan hat hier die erste Ausschüttung geliefert. Damit gab es dann eine Gesamtdividende im November von 61,61 Euro. Und damit fast doppelt so viel wie im letzten Jahr im November. Und damit werden wir auch im kommenden Jahr die durchschnittliche Dividende deutlich anheben können. Besonders, weil ich Ask Capital ja jüngst reingekauft habe. Und ich vermute mal, dass im Januar dort die erste Ausschüttung kommt. Eventuell schon im Dezember. Das werden wir sehen, aber ich falle jetzt erst einmal an, dass es ein Reihe 1 Wert ist. Also dann immer Januar, April, Juli und dann Oktober ausschüttet. Und Ask Capital, ein sehr starker Dividendenwert mit einer sehr hohen Dividendenausschüttung, wird da die durchschnittliche Dividende deutlich nach oben bringen. Und Procter & Gamble habe ich ja auch jüngst dazu gekauft. Und auch diese Dividende wird im nächsten Jahr mit dazu kommen. Und dann auch die Dividenden-ETS, die ich ja aktuell am Anfang des Jahres immer mit 10.000 Euro bespare. Und werden dann auch direkt ab Start des Jahres die durchschnittliche Dividende deutlich positiv beeinflussen. Weil das große Ziel im Jahr 2025 ist, dass die durchschnittliche Dividende auf nahezu 100 Euro ansteigt. Zum Ende des Jahres werden wir da schon sehr nah an die 100 Euro rankommen. Wenn nicht sogar überschreiten können, dass die durchschnittliche Dividende vielleicht noch unter 100 Euro liegt. Aber schon klar ist, dass wir hier eine beständige Ausschüttung von mindestens 100 Euro pro Monat bekommen. Und das ist der Meilenstein, den wir im nächsten Jahr forcieren, weil dann das Depot mehr oder weniger ein Selbstläufer-Depot ist. Warum? Weil dann die Netto-Dividende so hoch ist, dass damit die Sparpläne bedient werden können. Und somit bräuchte man theoretisch nichts mehr zu tun. Und über die Sparpläne wächst das Depot, wenn auch nur minimal, Jahr für Jahr automatisch. Dann gehen wir mal weiter mit den Kennzahlen und die Dividende, die jetzt in diesem Jahr aufgelaufen sind, sind 555 Euro und 43 Cent. Der investierte Wert in die Dividendenwerte beträgt jetzt 19.422,31 Euro. Und das Gesamtdepotinvest beträgt jetzt 21.233,74 Euro. Ansonsten der aktuelle Depotstand, habt ihr jetzt vielleicht auch ganz kurz gesehen in der Depotübersicht, beträgt jetzt 24.294 Euro, also inklusive des Buchgewinns. Und damit ergibt sich eine Dividendenrendite bezogen auf die Dividendenwerte von 2,86%. Das bedeutet, hier in diesem Bereich werden wir die 3% durchschnittliche Dividendenrendite knacken. Und auch das Gesamtdepotinvest beträgt dann die bisherige Netto-Dividende 2,61%. Da wird es halt grenzwertig, eventuell knacken wir jetzt im Dezember auch hier den 3% Wert, aber ich vermute mal, da werden wir knapp da drunter liegen. Und auf den aktuellen Depotstand logischerweise ist die Dividendenrendite entsprechend geringer. Ansonsten schauen wir dann auf die Gesamtrendite, müsstet ihr eigentlich sehen. Ja, seht ihr. So haben wir jetzt eine Gesamtdividende von 883,50 Euro bezogen auf das Gesamtprojekt. Also seit dem Start des Projektes, der Buchgewinn beträgt jetzt 3.052 Euro und somit ergibt sich jetzt aktuell ein Gesamtgewinn von fast 4.000 Euro. Und damit bezogen auf den investierten Wert eine Gesamtrendite von 18,53%, was über die letzten zwei Jahre schon sehr solide ist. Ja, das sind so viel dazu. Zum Abschluss schauen wir dann noch einmal auf die Motivationshilfe. Ich glaube, die habe ich letztes Mal nicht hervorgeholt, für diejenigen von euch, die hier neu zuschauen und das noch nicht kennen. Ich habe hier eine kleine Geschichte zum Spielen mit eingebaut und zwar schauen wir dann immer mit den entsprechenden monatlichen Dividenden-Zielen, also mit den unterschiedlichen Zielen, was an monatlicher Dividende auflaufen soll. Habe ich hier einzelne Tabellen angelegt und das dann einfach mal umgerechnet auf einen Tageswert, wenn wir davon ausgehen, wie viele Stunden oder Tage wir im Monat frei machen könnten mit dem jeweiligen Dividenden-Ziel. Und ich denke mal, für die meisten von euch ist irgendwo ein Wert Richtung 3.000 Euro Nettodividende interessant und wenn wir eine durchschnittliche Nettodividende von 3% erzielen, dann brauchen wir 1,2 Millionen Euro, um dann eine monatliche Nettodividende von 3.000 Euro zu erzielen. Ich kann euch sagen, wenn ihr langfristig investiert und perspektivisch 20, 30 Jahre investieren könnt, dann braucht ihr nicht ganz so viel Kapital, weil die durchschnittliche Nettodividende bis dahin deutlich höher sein wird, weil natürlich auf das Depot Invest auch immer durch die Dividendensteigerung eine höhere Dividende anfällt und damit steigt dann auch die durchschnittliche Nettodividende. Somit braucht ihr am Ende keine 1 Million Euro, um dann 3.000 Euro Nettodividende zu erzielen. Aber so zwischendurch finde ich es dann auch ganz spannend, hier diese Motivationshilfe mal mit reinzuholen und das euch mal so ein bisschen vorzustellen. Mit einem Monatsziel von 500 Euro Nettodividende können wir jetzt schon zwei Tage sozusagen freimachen. Vielleicht interessant so als erster Startschuss in die Teilzeit da einfach reduzierter zu arbeiten und dann sozusagen vielleicht 25, 30 Stunden nur noch arbeiten zu müssen und sich den Rest dann aus Dividendenausschüttung zu finanzieren. Da haben wir fast den nächsten Meilenstein erreicht und zwar eine durchschnittliche Nettodividende von 53 Euro. Da ist nicht mehr allzu weit hin und dann ansonsten ist so der nächste Step eine durchschnittliche Dividende von über 56 Euro. Auch da sind wir nicht mehr so weit von entfernt. Ich gehe schon davon aus, dass wir das locker Anfang nächstes Jahr bereits knacken. Ansonsten auch hier stehen wir kurz davor, die dritte Stunde mit dem Monatsziel von 3000 Euro Nettodividende ja voll zu machen. Und dann habe ich so als kleines Gimmick, das werden wir im Rahmen des Projektes definitiv nicht erreichen. Aber auch das schauen wir uns an und hier steht die erste Stunde. Kurz bevor, dass wir die erste Stunde auch mit einem monatlichen Dividendenziel von 10.000 Euro ja dann entsprechend voll machen. Also die erste Stunde können wir hier, denke ich mal, im ersten Quartal 2025 ja auch schon markieren. Und das wird definitiv auch schon ein erster großer Schritt. Ja, das war es dann an dieser Stelle mit diesem Video. Schaut auch gerne meine anderen Videos rein. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin fette Dividenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.